So, jetzt gibt es eine kleine Pause zur Erholung und es wird wieder ein bisschen Spaß in der Arbeit behält, Atmung ruhig bleibt. Gut, Sarah, dann kannst du dich nochmal draufsetzen. Hast du den Mund voll Gras gegeben? Ja. Okay. Das ist jetzt ein sechsterjähriges Pferd. Ein bisschen Korrekturpferd. Die Kante gar nichts richtig. Außenrum war schon sehr mühsam. Sehr fest. Versuch mal alle drei. Wichtig ist, dass du zum Weiterreiten kommst beim letzten. Tick sie an mit der Gäste.